So sind wir genau richtig zur Zeitgruppe. Arjen Robben ist da gegen Teuerkauf und das ist halt Robben reingezogen, Torwart Eck. Da war, er lässt schon die Schultern hängen, da ist der Ball noch gar nicht im Tor, aber da war ich, da kommen wir nicht ran. Und das heißt, wer hat nochmal das erste geschossen? Ach Robben! Zwei Tore.